jetzt ist es soweit wir dürfen endlich wieder miteinander musizieren da haben wir uns alle schon sehr lange darauf gefreut und damit das wirklich spaß macht wenn wir wieder zusammen kommen müssen wir uns ein bisschen vorbereiten nimm jetzt deine rohre wieder her schau welches am besten geht halt die ersten paar tage töne aus nur am rohr da kannst du ganz viel einfallen lassen und dann nehmen das instrument dazu spielt täglich wieder drei klänge und ein bisschen tonleitern und du wirst sehen dein ansatz kommt ganz schnell zurück und du wirst sehr viel spaß in der ersten probe haben alles gute